Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit dem liebreizenden Alex. Loot! Loot! Ja dann, attacke, looten, los! Lasst uns looten, meine Freunde. Das muss eigentlich in jedem gutem Spiel vorhanden sein, ne? Loot und EP. Ja, genau. Loot und EP. Was, gar nicht mehr auf den Tesla? Dafür hat's den Sumpen verstanden. Ich hab zu viel Leben, das ist nicht gut. Ja, dann lass dich doch ein bisschen verstrahlen. Nein, also ich hab momentan sowieso Strahlenprobleme. Ne, dann müsst ihr jetzt aus der Rüstung raus. Und ich hab nix zum Verstrahlen dabei. Kann ja gleich mal gucken, ob ich gleich noch ein leuchtendes Blut für dich hab. Oder lass dich von den Gulen ein bisschen hauen. Ja, verstrahlt mich. Ja, genau. Ja, irgendeiner hat's jetzt weggeschossen. Ne, ich war's nicht. Wir nennen keinen Namen. Boot! Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Ich weise die Schuld von mir. Oh ja. Einmal wieder lustig. Ich hab keinen Stahl, deswegen... Ich darf nicht der Schuldige sein. So, schnitt auf. Ah, da hinten ist ein Monsti. Ja, natürlich hinter dem Baumstumpf. So. Und jetzt machen wir den Rest vom Herz. Meins, meins. Meins. Herz ist aber noch da. Danach dürfen wir Meini spielen. Boah, ich seh grad, ich bin mega... Gleich im Eimer mit Verstrahlung hier. Ja, es ist richtig gut gut gefleckt. Das war eben richtig gut gut gefleckt, ja. Hinter dir. So, jetzt können wir auch Meini spielen. Meins. So muss das. So, aber jetzt muss ich noch hier mal kurz meine DNS abgeben. Wenigstens die hier. Jetzt hast du mich hier zum Lachen vorhin so gebracht, dass ich jetzt die ganze Zeit ein Tränen ins Auge habe. Hör auf, Alex. Hör auf, Alex. So einfach, wenn du das mitnimmst. So, aber jetzt hier nochmal. Fruchtbares Season im Wald. So. Oh. 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 Hast du jetzt noch ein Event, was du dir wünschst? Lass mich raten, Strahlenschlägerei. Ja, nur. Außer Strahlenschlägerei. Wenig. Uranrausch wäre gut. Uranrausch? Ja gut, Uranrausch kenne ich jetzt auch nochmal eine Runde. Weil das gibt das seltene Stahl daraus, weißt du? Ja. Ganz selten. Mega selten. Also, ganz ehrlich, jeder der auf Fallout spielt, der weiß, wie selten Stahl in diesem Spiel ist. Ey, das ist das seltenste Material, was man überhaupt kriegen kann. Der sogenannte Drei-Sterne-Stahl? Genau. Der sogenannte Drei-Sterne-Stahl. Der ist gut. Den möchte ich auch gerne haben. Den Drei-Sterne-Stahl. Am besten mit Doppelschuss, Explosiv und plus 1 Wahrnehmung nehmen wir noch mit. Ja, wenn der Stahl nicht gut ist. Ja, Doppelschuss, ne? Also, wenn ich den schieße, dann gibt es doppelte Explosionen. So halt, ich bin ja überladen. Jetzt erst stellst du vor, wie es dich stolz. Ja, der Junk-Chat, der fehlt mir hier irgendwie so ein bisschen. Den ganzen Stahl einfach mal roh wegschießen. Nicht zu Gleisbolzen machen, sondern einfach roh wegknallen. Oder dir das Luthers bluten. Nö, also ich hab das in Fallout 4, hab ich das geliebt, mit dem Junk-Chat ein bisschen durch die Gegend zu eiern und zu sagen, ja hey, ich schieße dich jetzt nur mit Teddys ab. Auch in Faraba, diesen Fatman, der mit Bowlingkugeln funktioniert hat. Alter. Ja, es gab im Faraba, im Faraba gab es einen Fatman-Modifikation, der mit Kanonkugeln, also mit Bowlingkugeln, lief. Das war eigentlich auch ganz cool. Das hat auch Laune gemacht. So. Ne. Jetzt nehmen wir uns nämlich hier hinten noch die Date ab. Die brauchen wir doch. So. Warum springe ich aus dem Wasser, wenn ich sowieso Dings hab? Ah, egal. Oh. Ein Fliegen-Klatsch-Klatsch. Ja, gut, das kann man noch nebenbei reinsetzen. Klatschen wir die Fliege. Das 10 Sekunden-Event. Ja, das ist optimal, optimal. An alle Feuerteile. Du brauchst wieder zwei Stunden, bis das Bett ist das nächste Event. Ja, egal. Wir haben einen weiteren dieser Untersuchungskraft, die uns draußen beim Erschirm. Ja, warte doch noch ein bisschen ab, bis sie mit dem PTS ein bisschen fertig sind. Wird sich ja sowieso ein bisschen was mit den Events ändern. Sag mal, warum kriege ich ihn nicht aggro? So kann ich keine Kritz drücken. Sag mal, will der mich jetzt veräppeln? Ja, will er. Na gut, lass meinen Alex in Ruhe. Was ist denn das? So zu die Blutadler. Die sehen dich schon wieder aus 10 Kilometern Entfernung. Na, die haben halt gute Augen. Ja, die brauchen nicht so ein Fernglas wie wir beide, wa? Die haben besser die Augen als ich. Ja, wir haben ja schon festgestellt, wir brauchen Ferngläser als Augen. Ja. Besser wäre das du. So, das haben wir jetzt auch mitgenommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind dann meine anderen Daten? Dati, Dati, Dati. So, wir machen jetzt die ganze Base durch den Akkro. Okay, mach mal. Ich schweige dir nicht. Ja, siehst du, da geht das los. Nee. Ja. Hallo Profi Macht. Da kommt aber nichts. Na, wenn die nicht zu mir kommen, dann kommen wir zu denen. Machen wir es so. Ich liebe Munition. Habe ich dir schon gesagt? Ja, ja. Wir kennen das nicht. Munitionsmangel. Äh, ich nicht. Ich habe meistens immer zu viel Munition, ja. Doni, 308er? Ja, gut. Willst du sein LMG? Damit habe ich auch nicht so das Problem. Echt jetzt ein Blutordner? Nee, das waren schon ein paar mehr. Ich habe ein paar weggeschossen hier. So. Habe ich leergeräumt hier. Das wird ja immer trauriger. Ich habe doch die meisten schon weggeschossen, Alex. Gegen diese Terror 10 mm kommst du nicht an. Das sind die Terror 10 mm des Todes. Die terrorisieren alle. Legendär, legendär. Wer, wer, wer auch da? Oh, verdammt. Hast du mir denn jetzt alle geträumt? Das waren jetzt nur zwei Schuss. Das waren nur zwei Schuss. Kannst du looten? Ein Junkie-Nudelholz. Okay, gut. Das habe ich schon immer geträumt. Davon habe ich schon immer geträumt. Ein Junkie-Nudelholz. Na denn? Wie dieses, das läuft. Das ist Nudelholz des Grauens. Wir erkennt es nicht. So, aber ich suche gerade immer noch meine, meine anderen Daten. Wo sind die denn? Ach, hier beim Bottenmann, beim Point Pleasant. Und Todeskralleninsel. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ja, jetzt. Warum nicht gleich? Na guti. Mal hier schnell das Holuband holen. Das heilige Land wird mich empfangen. Nee, das heilige Land empfängt hier heute keinen mehr. Heute nicht, morgen nicht, übermorgen auch nicht. Nö. So. Jetzt können wir die Luftsensoren hier schnell mitnehmen. Dann schnell zur Todeskralle. Dann können wir auch die Todeskralle gleich mit einkreisen. Ach, die sitzt sogar schon da. Die wartet nur auf mich. Die ist halt höflich? Ja. Und ich war ebenso höflich und habe sie gleich erledigt. Höfliche Gegner werden höflich erledigt. So, dann wollen wir hier nochmal. Schnell alles hochladen, weil dann ist ja nicht mehr viel übrig. An Dailies. Bin ich endlich wieder mal mit den Dailies fertig. So, und jetzt, wenn ich nur ein bisschen da platzendes Dash hätte, dann könnt ihr nicht mehr legendären Scheine umtauschen. Aber es geht nicht, ich habe keinen Platz mehr. Und ich habe schon ausgeräumt. Oh Mann. Der ist nicht gut. Na gut, ich bin erst bei zweieinhalb tausend. Ein bisschen da geht noch. So, nochmal ein Vielfraße, Raider-Power-Torso. So, jetzt müssen wir aber trotzdem erstmal gucken. Was habe ich da noch übrig? Begräbnis, Redebedarf und den Koch. Na gut, das kann man jetzt auch mal aktivieren hier. Machen wir jetzt hier nochmal das Begräbnis. Denn nur ein gutes Begräbnis ist ein richtiges Begräbnis. Hältst du denn die Grabrede, Alex? Ja, aber immer. Okay. Ich sage dir dann Bescheid, wenn ich ihn beerdige. Dann hältst du bitte die Grabrede. Ich hole jetzt die Leiche ab. Die letzten Überreste. Er war ein guter NPC. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich renne nachher noch runter. Okay, das war zu früh. Das war zu früh. Ich habe es vorgezogen. Ich habe es jetzt gerade in der Tasche hier. Boah, muss noch ein Bärchen sterben. Und nochmal ein bisschen Popcorn gefressen werden. Ja, aber zur Zeit haben wir in Massen dabei. Geht nichts über Popcorn. Popcorn ist geil. Liegt kaum was. Hat keine Radioaktivität. Hat sogar noch einen halbwegs sinnvollen Effekt. Und lädt die AP wieder auf, wenn man es isst. Besser kann es nicht sein. Ach, der ist auch schon tot. So. Schnappe ich mir jetzt hier die Jöfelchen. Gut, Alex. Denn darfst du jetzt deine Grabrede versetzen. Er war ein schlecht programmierter NBC. Okay. Das war es. Kurz und knapp. Kurz und knapp, okay. Ruhe in Frieden. Ganz schlecht programmiert. Ruhe in Frieden. So, Schaufel legen wir wieder ab. Zack. Gut, dann haben wir das auch. Dann können wir vielleicht nochmal den Koch versuchen. machen, wie auch immer. Auch ein Koch geht immer. Hallo. Hallo. Willkommen zu unserem Wochenendgrillen. Zumindest glaube ich, das Wochenende ist. Es scheint Probleme mit meinem internen Kalender zu geben. Ist es wirklich Wochenende, Alex? Ja, weil er glaubt, das Wochenende ist. Aber er ist sich halt nicht sicher. Okay. So, dann gucken wir mal. Ja, das könnte gleich mal wieder keine Hirsche geben. Aber schauen wir mal, ob wir Glück haben. Und... Hirsch in Sicht. Noch einer. Ne, das ist ein Jaugui. Hirschi! Na, zwei Hirschi habe ich verpasst. Und jetzt geht mir die 10 Millimeter im Eimer. Ich glaub's ja jetzt voll. Verdammt. Das ist aber noch ein Hirsch. Der ist entkommen. So, haben wir zweites Fleisch. Äh... Da ist noch ein Hirsch. Der ist auch entkommen. So, jetzt fehlen noch zwei Fleisch. Einer müsste hier hinten aber noch irgendwo... ...liegen. Da. Okay. Ein Hirschfleisch noch. Ein Hirschfleisch noch. Hm. Hier ist nichts, 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 nichts. Ist auch keiner so weit entkommen. Der hat aber nicht gut. Das ein Eichhörnchen. Den Random Spot. Hm. Das sind Biber auf dem Random Spot. Das sind auch Biber. Und wir haben Freilandhaltung. Na dann. Auf... Oh. Ach nee, das war der Biber. Ich wollte grad sagen, ich hab ein Radhirsch-Propo gesehen. Aber war ein Biber. Fehlalarm. Komm, wir schon verwechseln. Naja. Aber natürlich. So. Naja, toll. Jetzt bin ich damit auch noch überladen. Äh. Dann machen wir hier mal kurz den Schäferstab. So. Und... Krieg ich das hier hinten grad mal hin. Ja. Jetzt darf ich den Schäferstab bloß nicht im Eimer machen. Das war unproduktiv. So. Und dann können wir loslegen hier. Nee, kommt. 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 Gas, 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 Gas. Heute noch. Heute noch. Heute noch. Falsche Richtung. Wo wollt ihr denn hin? Hier. Das geht ja mal gar nicht. Naja. Verbrannt. Ich hab euch da schon gesehen. Ich hab gesehen, dass ihr geierig auf unsere Herde hier seid. Der kommt da nicht raus. Da steht da in der Eck. So, jetzt aber. So. Verteidige die Brahmin? Wieso? Wo? Von was? Von wem? Ist ja noch keine Wölfe hier. Ach, da ist schon wieder eine Fliege vom anderen Ende der Staat. Meine Güte. Ist ja der Wahnsinn. So, Zuckerbomber. Jetzt wieder einreihen, damit die Wölfe kommen können. Was? Was? Ein Wolf? Hast du das schon wieder kaputt gespielt, Alex? Nee. Bethesda muss sparen. Ach so. Sparen wir es. Sparsam sein in den Mobs. Sie könnten ja irgendwie helfen. So, Duke. Komm. Gib Gas. Wieder zurücklaufen. Ja, komm. Lauf. 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 Ja, siehst du, bist doch gleich da. Hast du es doch gleich geschafft. Komm. Ja. Noch ein Stückchen. Oh nein, die Blähpflege des Grauens. Hast du wenigstens gut eliminiert. Ja. Ne, gut. Du hast ja jetzt Tesla in der Hand. Das heißt, den einen Blutkäfer, den kriegst du ja hin. Oh nein, der nächste Wolf. Der nächste Wolf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bethesda ist großzügig. Es wird ein Wolf gewonnen, statt ein Flieger. Okay. Oh, sind wir heute wieder fies. Natürlich. Wann sind wir es denn mal nicht? Wir sind die fiesesten von Fiesen. Guck mal, da kommt ein Jaoguai, aber der ist eigentlich vorgeschrieben. Der muss. So, da kommt ein Cheap Scorch, der ist auch vorgeschrieben. Bisschen Bauchig-Kraulen und rausfliegen natürlich. Oh Mann, ey. Das ist jetzt so die Handenkarte. Alex, wir haben uns jetzt über Bethesda lustig gemacht. Und du weißt ja jetzt, was passiert ist, ne? Oh Gott, du bist rausgelungen. Oh, wow. Ja, also, ne? Das darf man nicht machen. Merkt man, ne? Die sind schon wieder watching you. Ja, ich hoffe doch auch mal, dass du zuhören. Ja, okay, dann. Wende dich die Sprache jetzt an, die. Du musst schon was sagen, sonst die hören dich doch jetzt gerade zu. Ah, hast du es gerade angerufen? Hör ich doch wohl ein bisschen dazu. Jetzt habe ich es auch noch angerufen. Aber dann bitte mit sauberen Englisch, ne? Ähm, mein Englisch ist nicht so gut. Mein Gärme ist besser. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Ja, nur. Suche nach Welt. Ich bin zu wollen, oder? Wir sind ja schon bei den Nachbarn, hey. Ihr seid schon bei den Nachbarn. Aber jetzt haben wir gerade einmal 60 Kilometer oder so. Wir können ihn überspotzen. Okay, ich muss mal kurz aus dem Team raus. Ich kann auch meinen eigenen Server gerade nicht joinen. Ach ja, herrlich. Erinnert hatte ich letzte Aufnahme-Session auch mit Mausi und Schori. Erst fliege ich raus, dann der Schori, dann die Mausi. Dann der Schori und wieder alles von vorn. Ja, das ist irgendwie so, ab und zu hast du dann mal so, wo du dir denkst, so, hm, jeder muss mal rausfliegen. Ich hoffe, ich kriege jetzt wenigstens nochmal Loot, weil sonst bin ich traurig. Wir haben die Serverleistung verbessert. Ja, die Serverleistung. Und ich betrete gerade Lightwolf. Na denn? Der ist doch hier hinten irgendwo niedergegangen. Ja, eigentlich müsste er da doch liegen. Der liegt, da liegt keiner. Ich kann aber den Wolf-Anführer lügen. Top. So. Ich würde sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Ich gehe mich jetzt ins Kissen heulen, während Alex mich trösten muss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Tschüssi.